Welt seid mir gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir D-Day-Spiele, seit gestern war der D-Day, jetzt noch an die Tourne. So, wir schlagen hier direkt ein und let's go. Mach doch was, die Uhr ist auf. Ach, jetzt mach's schnell. Ich werde mit der CPU ein bisschen runter, und vielleicht bringt DAS was. Warte mal, es ist schon total langsam, aber langsam darf ich es noch machen. Okay, das ist zu lange damit. Aber hallo flüssig, das Spiel läuft, ich hab's seitdem nicht mehr geschah, das Boller. So, sick de lann, wir sind sind Amerikaner, jetzt geht's los. Äh, es sind nicht so große da. Ähm, Mann, und ich wollte ein bisschen wiebig anpassen, deswegen hab ich hier Pazifikate gemacht, weil man könnte eigentlich hier mit so'n, was sind die Börter? Man könnte mit so'n Bord vorfahren und dann, das Sonnende, ja. Und dann wird ein bisschen wütig gemacht worden. Aber die will nicht sein, Leute, deswegen, tut mir leid, Leute, wir müssen das Spiel wechseln. Ich zeige euch mal gegrüßt, wir machen nur zwei, drei, was zum ersten Weg, die sie nicht umsetzen. Ja, wenn ich das Film für uns tief eingekackt ist, machen wir einfach kurz, äh, BF1-Gameplay. Wir spielen die Amerikaner, es passt klimatisch immer noch, aber es ist nicht der DJ. Es passt klimatisch immer noch nicht mehr. Es ist beschwössig, ja, Leute, das ist mein Karei, ich mach was nicht hören, weil es nicht hier passt. Oh, es wird überrechtliche Experten mehr. Wann, warum geht das so lang? Wahrscheinlich, was auch noch in der Info wird, hab ich so im Kopf, Alter. Egal, Leute, Prost. Oh, Gott, ich hab nen XP-Booster, wir mal benutze ich aber nicht für diese Scheiße hier. Komm, wir müssen was richtig Amerikanisches. Wann willst du Amerikanisches? Ich glaub nicht. Was nicht, bist du? Wann flieg ich raus? Au. So, hoppla. Ähm, so hat ein K.D. mitgehabt. Und meine K.D. ist halt, ähm, äh, fucking gigantisch. Wie mein, wie mein Schwanz. Äh, ich hab nämlich eine K.D. von... Wo ist die K.D.? Äh, die K.D. Oder sieht man das hier nicht? Äh, äh. Äh, 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 äh. Oh, Gott. Äh, 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 oh, Gott. Hä, warum... Ich hab ne Hura-Kade auf jeden Fall. Ich kann mich eben nicht nachgucken, ich glaub... ...und von der T 1.5, 3.. Ich kann so ein Schissding machen. Okay, wir nehmen die Elegler Schieb. Bis nächstes Mal. Zeit, Zeit, mehr über die Elegler schieb. Jetzt ist aber nicht wirklich mit der Elegler so entraten. Nämlich sogar auch eine Durchbrüche spielen muss! Und das interessiert mich nicht, ich will gameplay, das guckt mir an wenn ich normal spielen, nicht will ich diese Scheiße hier mache. So, das geht. The Battle of Pointerhooker... Pointerhooker... Hatschmall... Hey Braver, you look like you're gonna puke. Daddy, why don't you scream? Uhhh... Ffff... 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 Uhhh... Also, trinken, bevor wir gelenden. Ich verfalle mich nicht nüchtern. Ich mach mit meine Wars bis zu langsamer. Hm, bis zu langsamer. Das passt perfekt. Let's go. Firing Rockets, was geht's hier ab, Alter? Woah. Ooooaah... Also, wie, ey, wie ist das jetzt schon tot, Alter? OOOOH! Digger, das Geburtstrickplatz, wie komme ich zu Hause, Alter? Ich geh irgendwie, die da rumlaufen dann. Die äh... 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 Wir werden euch hier... Sobald... Der sogar James-Rain oder Selby-Polt-Rain oder Melden will... ...Welb's? Ich steh auf, Alter! Wer hat sich erschossen, wenn du bin enttäuscht? Ah, der ist irgendwo erschossen! Stimmt, so wär das. So wär das! Du bist keine Angst, ich glaub dir nicht. Ähm. Haha, guck, wieder Winterfeld. Hehehehehe, geslaped, haha, kussiers. Ey, Digga, was macht ihr da oben in Spawncamp, Alter? Mann, Alter, die Girl, mein, mein, mein... Also, ich hatte eh nicht wieder, mein Großvater war in Berlin oder so. Was hat's passiert, was hat's passiert, was hat er immer Lost Front? Und er kam erst nach Berlin. Deswegen kann er eh nicht mitreden. Das ist echt mein Zweid, oder? Thompson, danke, Pass. Gehen wir mal hoch hier. Ich schau euch eigentlich nicht zu, ich spiel schon mal hier, Leute. So, jetzt hoch hier, Alter. Ahaha, da kommt ein riesige Kopfschmerzen von. Pass, ist weiter kranker schieben, Alter. Alter, das läuft, die Maus, guck mal an. Es ist so ein Weltenunterschied, Alter, wenn man 60 Gramm weniger hat auf der Hand. Guck dir das an, wie ich die Maus so rumflicken kann. Und Leute haben ernsthaft so einen Typen beleidigt, der gemeint hat, Ja, die G5 ist mir so scheiße, wenn die so schwer ist. Ja, die hatte halt dann absolut recht, guck sie mir jetzt an. Guck ich so flicken, kann ich nicht mehr machen. Dann hier, dann hier. Ja, die G5 ist mir so schwer, müsste ich das jetzt mal hier drehen, Alter. Und sowas. Das hat immer so viel getan. Die ist das perfekte Moment, Alter. Das hat immer so viel getan. Das hat immer so viel getan. Ich habe sogar das Mausfeld gekauft, aber Alter waren... Es war... Ich vertreibe nicht, dass ich das sage, dass es da an Kringeln... Es war... Wie blieben diese Fails... Diese ähm... Feuels... Was? Weil ich hieß... Diese Convention, die... Die... Internet des Films geplant hatte. Meine Mausfeld war so am Kringeln... Die deren... Ähm... Wie komme ich nicht weiter? Die deren... Die deren... Die deren... Das sind wirklich Teile aus dem wir gefallen. Es hat so... Also... Das Gummi... Das Gummi sein sollte, weil ich mein Gummi sah... Oh mein Gott. Ach, ich bin tot, Alter. Es war quasi, als ob es ein... Ähm... Verscheinert werde... Und... Äh... Verscheinert... Verscheinert werde... Und... Ähm... Wenn das auseinanderbricht... Und so war das. Das war... Nicht mehr dehnbar. Wenn jemand es gedehnt hatte, brauch ich es auseinander. Ja... Äh... Und ähm... Das war auch nicht mehr stabil. Das war nicht mehr gut. Das... Der Stoff von oben müsste sich ab... Äh... Der Dreck ging nicht mehr raus. Ähm... Die Maus hätte sich immer weniger... Äh... Sanfte bewegt. Das ist nur ein Grund genug, sie mit dem Mauspad auszutauschen. Sechs... Sechs... Sechs zu blicken Plastikmauspads mit so einer Plastikbeschicht da oben... Sechs die waren besser. Ja... Am Ende war es ganz gut. Aber es war zwar nicht klein. Das... Das war mir damals nicht egal... Weil ich damals so einen... Quickscope for Sixteen Master bin und immer die Hüße... Äh... So ein Singetheater ist wieder das Gegenteil... In der Fall... Aber so pläziger anlen kann. Wie ich das so merken kann. Oh! 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 Halt schnell! Halt schnell! Ja, weg, da wird alle tot, Alter. Bist du die 600 Juden? Ja. Was war denn hier? Da ist kein Schatten, Alter. Hätte ich eine Webkill gehabt, hätte ich das aufnehmen können, aber da war so komischer Schatten gerade. Ich dachte, meine Mutter hat mit der Hand in die Hürden gefuchtet oder so. Ja, wir gehen aufs Reihe, räumen wir so ein bisschen hier auf, mit diesen ganzen... ...Massion, okay. Skid up, Corio. Mac Mellos. Dominique Gales. Oder wie es ein alter Männer sein würde, Dominique Gules. Miller. Pallett Miller, ist das nicht der Käpt'n Miller? Also... Also nicht der Käpt'n der Pallett reinmelden sollte, nicht auch Miller benachnamen. Also nicht der Käpt'n der Pallett. Ich glaube nicht, glaube ich. Für ein bisschen Pro-Gamplein. Warum nicht so schlagen, Alter? Erst schießen, dann schlagen. Michael, gerne drücken. Oh, ich hoffe, ich bin. Mach' ein ganz langes Auto. Mal wollen, ich habe einen Punkt hoch. Ich schreibe ein bisschen herum. Da bin ich wieder auf. MEINER BORDEN! Das ist zu Maul, Alter. Aber kurz, ich brauche hier mehr Kriegstriebe. Zack, und äh, Gameoptions. Kann man nicht anschauen, wie viele Leute umfallen? Hier bei Gorgert wahrscheinlich. Aber das Korps ist Insane. Ja? Insane, Alter. Wir sind in Krieg, Alter. Ihr seid zu laut, Alter. Ich hoffe, das wird so schön, Alter. Oh nein, nein, nein. Ich hab mir gedacht. Ich verstehe das nicht falsch. Mit Kriegst bin ich eigentlich, ähm, brauche ich die Sätze hin. Gut, Junge! Gut, Junge! Gut, Junge! Ah, da, wieder, wieder. Der Zoom ist so groß, Alter. Oh nein, ich hab's gekauft. Oh nein, ich hab's gekauft. Oh nein, ich hab's gekauft. Oh, da, wieder schlafen. Oh, das ist richtig. So. Hehehe, hehehe, oaaah. Oh! Du, du, du bist auf dem Sturm, wenn ich dich ohne hier leise. Oh, du bist auf dem Sturm. Oh, das ist richtig. Oh, du bist auf dem Sturm. Oh, du bist auf dem Sturm. Ich weiß nicht, wie sie sich nicht mehr schlafen. Oh, du bist auf dem Sturm. Die ganzen Autos kommen zu hier, Alter. Hey, ich hab's gekauft. Trätschrack! Swing around the left, line! Move, move! Lock is locked up in the left! Walk, reloading! Keep the ground up! Time to go! Get movin'! Oh, mein Gott, ich bin der wirklichste in meinem Tag. Wir haben die Wintermantel, das macht ja keinen Sinn, gar nicht Sonne. Wir haben die Wintermantel dann. Nee, 44, nicht 44. Das wäre Wahnsinn, wenn wir die Wintermantel noch kriegen, oder? Ja, ich glaube schon mal vorhin, oder? Die fucking Kuh, Alter. Arme Sau, Mann. Ich hätte sie retten können. Geh da nicht mit. Ja, ich gebe her. Okay. Ah, hier, hinten. Zack. Zack. Nicht die Tasse, die Tasse. So. Äh, was die Terminkreiten machen, die brennen da durch, und machen die Waffen damit quasi, ähm, unmittelbar. Das sind die ganzen Deutschen, ich hör die labern, Alter. Zack, Alter, let's go, ist weg. Fuh, 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 Fuh. Ah, Mann, mach mal, mach mal, ich muss nachher zurück. Ah, Mann, mach mal, mach mal, ich muss nachher zurück. Oh, Mann, mach mal, 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 mach mal. Ah, Mann. Ah, Mann. Das ist die einzige Ebene, die hier, die zuerst HYP-K hurtigenden sind. Ah mein Mann, mach mal, mach mal, mach mal. Ich kann das aunts begannen, mein Mann Makler. Oh, ich kann das so richtig rum und damit können, ich bin mir nicht geboren. Stoffel, komm ich mal, oder? Es ist der Eingang! Ich bin der Eingang! Ich bin der Eingang! Was? Help meee! Get out now! Allow me! Allow me! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Why are you doing this in the KZ? Why are you doing this in the KZ? Can I just hit the KZ? I don't know, I'm not in the military. I'm not in the military. I don't know. My name is... I've installed the KZ. I don't know why are you doing this in the KZ? I don't know. I'm not thinking about the KZ? I'm not using the KZ. I know. I've got someone doing that in the KZ. I'm doing this in the KZ. Ich hoffe, dass ich den Graben nicht abkochen kann. Ja, ich kann gut den Graben abkochen. Wenn ich den Graben nicht aufkriege, dann geht es ein Mist. Aber abkochen, wenn ich schon wieder fliege. Da rein? Nein, du bekommst nicht den Graben drin. Er ist gar nicht verstorben. Es gibt einen Grund dafür. Es könnte einen Grund geben. Gratis und sehr, sehr, sehr inkonsistent und sehr, sehr unreliable. Das liegt daran, dass die Frequente nicht immer alle perfekt absprengen können und deswegen nicht immer massiv Schaden machen können. Das muss man wissen. Das war ich reinges Quater, wenn ich den Mist. Das war ich als Videospieler. Aber eigentlich muss ich nicht erkennen, dass das... ...nicht hinter der Spahn, Alter. Ja. Ja, ich bin jetzt ein Video. Was ist mit dem Video? Das ist mit gar keinen Sinn. Aber ich weiß, wie lange ich will, ist leichtes Geld, wie immer noch der Maul einfach, ok? Ähhhhhhhhh, wie Boneless Pizza? I like my shit Boneless. Das ist Pizza, da ist mein Boneless auch nicht. Oh, das war ja wirklich Boneless Pizza. Warum hab ich gedacht, okay, wir geben dir Boneless Pizza? Also ehrlich, Früher hab ich so einer gemacht, so ACTUALLY, Pizzas hat nur Boneless. Aber heute würde ich sagen, ja man, also wir haben Boneless Pizza, blau. Und nein, ich kiffe ihn nicht. Also die Fresse, ich bin da. Also nicht schweiner, ich muss rennen. Hi. Nicht schweiner. Ihr bleibt schweiner. So klar, der Junkel, der Gunter Parade liegt dabei, 30 Tagen. Oh, sorry Sergeant. Oh, sorry Sergeant. Wann ist hier wieder los? Witz, hier! Ich bin noch ein Pärger. Aua! Du wickst da! Oh, oh. Wenn du das mal auf das, bin ich schon mal drin. Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Wollen wir noch ein bisschen nach hier? Ich guck! Der Wiener schlägt nach vorne! Dann fliegt er zu nicht! Okay, gut! Wir machen uns ein bisschen eine Serie, mit eurem Grün-Turm. Der Wiener der Wechsel zu bekommen. So, das läuft für die Kursition des Lebens beim nächsten Gang. Weltzeit mit Grüß! Willkommen zum nächsten Part. Sterb zum nächsten Part, nämlich Day of Defeat. SAUCE! Mit Bot Starware. Der Grund hierfür ist, äh, simpel. So, der Wahnsinniger. Der Grund dafür ist so simpel, denn es gibt ja auch eine extra D-Day-Map. Nämlich D-O-D-Unterstrich Strand. Ich habe Creepy Ice Cream getötet. Wer ist eigentlich ein Bot? Ich sehe die Bots nicht. Eigentlich müsste ein Bot immer so riesige Pink sein, aber... Äh, so nicht. Auf jeden Fall, wir spielen Day of Defeat Source und das kann man spielen, indem man spielt. So, wir nehmen eine Mörser-Karte. Guck mal so. Augemissern nur E drücken. Ich mache meine Mörser-Arbeit. Ich halte diese Stellung hier. Und arbeite mit einem Mörser. So, wir werden für ein Nade da lang. Das ist ein Custom-Sail, weil ich kann hier Nades werfen. Also ich kann drei Nades laufen. Nee, ich klasse nur eine Nades. Large Shower, die Sau. Aber das wusste ich gar nicht, was es geht. Ich hab's nur vermutet, weil es da so steht. Man kann hier drauf E drücken. Dann geht's los. Okay, da kommen welche. Gib her. Gib her. So, bis der Mörser gerade los geht. Boah, fuck. Shit, shit, shit. Film, der kommt hier. Film, der kommt hier. Es finde ich cool, dass die Kamera ein Rektor-Model hat. In diesem Server. Find ich cool. Oh mein Gott, meine Mutter macht Essen. Oh, es fließt nur noch Rauch und Schwefel. Ah, ah, ah. Es verbrennt gerade wieder einen Kahn und Leute. Umfangen rufen. Hallo, let's go. Sie fliegen. Boah, shit. Du bist vor allem sehr nostalgisch, weil ich hier die erste Weekend-Talk-Folge aufgenommen habe. Ja, ja, ja. So, jetzt müssen wir ein paar Napsen-Negner gehen. Hallo? Scheiße. Ich bin der Mörser gerade. Ah, ich bin der Mörser los geht's. Grate raus. Kommt keiner hin. Fuuuch. Die schießen scharf. Die meins eins los. Lächste Grate. Das ist ein Bot, der nen Namen, den wir ein Bot haben würden So, wer ist hier rüber? Vielleicht kommt der Kleiner? Scheiße, Scheiße, nächste Masse, Leute Boah, eine MG schießt, wenn ich MG Scheiße, Scheiße, das MG ist woken Okay, da kommt einer, da kommt einer Scheiße, Scheiße, Masse Was wir für den Coup machen können, ist auch an zu mersern, mersern ist wichtig Oh, ich blute... Ich heile mich Äh Oh nein Oh, ich hab ihr schon ersten gerater Granete K sounds, let's go, Guys, we're gonna win us, let's go Ich glaube, wenn man sich duckt, ist die nicht so schlimm. Okay, doch, das gleiche. Aber es hilft mir, es hilft mir im Recall-Control. Ich blute. Ich arme es auch. Ich blute. Okay, das ist ein Bot. Das ist ein Bot. Ich komme gleich raus. Ich bin weg, komm. Das ist doch kein Problem, Alter. Weg, 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 weg. Schleif das, wo die Grasen stehen müssen. Das Grasen haben Geld verloren. Ich sterbe für Deutschland. Deutschland. Nein, nein. Nein, ich ergeb' nicht. Nein. Sie geht bloß. Bitte nicht schießen. Das ist ja jetzt. Wir streamen wieder. Was aber? Teams are balanced. Teams are balanced, also Bot stream. Egal. Jetzt sage ich noch ein bisschen, äh, Grenadier-Gameplay, denn das ist üppisch. Das macht... Äh... Äh... Macht One-Shots, oder? Wir machen noch ein richtiges Lied-Gameplay. Player, rein undادier-Gameplay. C- Los, los, los! Ich geh da unten zum Standwasser, deswegen bin ich ein bisschen aufgehoben. So, hier unterstimmen, kurz aufschlafen und da hat er weiter weiter. Let's go, we go in the skies, come on! Let's go, we go in the skies, come on! Gott, war das quenisch, Alter. Geil unterwegs. Schnell, 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 laden. So, ich mach es nicht so, bis es rüberkommt. Überschiss nie, du, irgendwie. Es ist nicht so spannend, ich mach es manchmal nicht. Los, los! Die zweiten zurück, hier, friss nicht! Da haben wir die Hälfte nicht mehr, ich brauch gar nicht nachschlafen. Ach, das ist mir falsch, das habe ich... Nee, hier, da brauch auch nur eine Smoke, nicht. Kann auch nicht drinnen, das ist ein Boot, das ist ein Boot. F*** mal, die waren zu ernst hier. Komm, unterwegs. So. So. Gleich hab ich da nicht wusste, das kann ja sein. Okay, das posiziere ich mal so, dass ich in die Fotze kann und du auch, verstehst du? Hahaha, Drachenleiter verletzt, ich liebe sie. So, geh mal kurz hier, wann das denn? Sind wir vorne? Nein, Tiger, H1, der Tiger ist ja auch scheiß geparkt, Alter. Das war doch ein bisschen bescheuert eigentlich, wenn man das überlegt. Du schießt dann so drüber. Aber wie kannst du perfekt, also eigentlich ist das auch gut für Schiffe. Ja, wissen wir, was ich meine? Das kann gut, das soll so diffugieren, aber du schießt auf den Stand, Richtung Stand. Du schießt auf den Stand vernichten, Schiffe. Du wirst das Schiff vernichten, wenn du nicht sehen kannst. Ich muss da rein abschätzen, du bist bescheuert. Das kann man einfach von dort schon dick machen. Ich verlaufe mich, ich reag nicht mehr so gut. Ich kann nicht den Stand da vorne, weil ich da immer nur hinlaufe. Jetzt darf ich runter. So. 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 Offenbar. So. 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 ein bisschen heim ist wichtig und richtig halt ja genau er wird sich aber machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir In unserem Bereich wurde ein Sprengsack gelegt! Das ist ein Amerikaner! Hier ist ein William, Kree ist ein Glenn! Oh shit! Ich hätte nicht mehr toll, wenn ich die Spieler wäre! Sind wir ehrlich! Du hast nun volle Health steht da! So, das sind Schiffskanonen! Wollen wir dich hier aufhalten! Ein zu bald! Wie komm ich jetzt wieder dahin? So ein 0! Ach, hier wurden die ersten Korinther kaputt gemacht! Ok, ok, verstehe, verstehe! Wieso war das kalt? Okay, das mag ich nicht! So, der Sponsor fick dich! So, der Sponsor fick dich! Ich hab kein Skinderriss, Alter! Das treff ich nicht! Das ist doch... Das ist doch... Warte kurz, bin ich gleich high? Wieso hab ich es nicht getroffen? Weil, ist ein Ding so hoch! Nein, Achtung! Das ist ein Fick! Ok! Oh Gott, da sind noch mehr! Ok, vielleicht treffe ich grad echt nicht! Vielleicht muss ich ein bisschen Zeit nehmen zum Aimen! In unserem Bereich wurde ein Sprengang! Ok! Ok! Nach der Saison geht es doch kurz! Ok! Wir müssen abhauen! Wir brauchen... Wir brauchen die Hilfe! Die Hilfe! Wir brauchen die Hilfe! Da hinten! Wir brauchen die Hilfe! Oh nein! Der meint! Oh nein! Ich hab mir das denn nur eingebracht, Leute! Ich weiß es wie Pops, ich spiel mir nicht wie Pops, Alter! Wie negativ Kann man die betätigen? Ach, die machst du doch automatisch Ok, ok, verstehe, verstehe Ja komm, du hast einen guten Helden, du jetzt leider Wie cool das eigentlich ist Es war kein Joke, wie cool das wird eigentlich Du hast einen Fahrstuhl, das sind wenige Sachen Du hast Möse Du hast Möse Die nicht leer gehen können In unserer Bereich wurde recht angelegt Ok, da wollen sie nicht so schwer machen Äh, nicht einfach machen Aber Oh man, ich hoffe, ich krieg dann was du willst Kriegst du noch ein Schleifen? Komm, 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 nein, ich schaff das nicht mehr Oh, das ist so groß Das ist wirklich groß Ich werde zurück Hu 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 Ich glaube, wenn ich hier mich positioniere, kann ich immer so schön rausdrehen und die Wegholen Das ist wichtigste Kritik, Flak hier Äh Äh Kanone Nicht Flak, Kanone Hans, Lisa, Better Transmission You say, bigger Kanone Nein, Hans, Better Transmission Ah, Flachschiff Kanone Ja, ja, Hans Ich bin mit Tank, Tank Engine In Germany In der Lockchair Aber die kommen jetzt, die kommen jetzt Die hier so positionieren So positionieren, dass ich rein kann und die Könige auch Was ist das? Die Könige halt bis zu Schwimst Wie kommen die vorbei? Bei Geboote, ich habe es gesehen Die Support sind mir zu Random, Eltern Stimmengewinn Welt seid mir gegrüßt , das ist jetzt nicht die Idee , aber wir machen nun weiter in einem alten Day of defeat Spieler? Mir egal! DoD Carverton, let's go! Ah, keine Musik! Oh, fast! Oh, jetzt muss ich was trinken, Leute! Das ist doch keine ungesunde Scheiß-Kohlasur, sondern eine richtige Cola! Äh, Wasser! Wasser und nicht Cola! Cola ist schwanz auf Spanisch! Wisst ihr das? Wisst ihr das? Was ist das? Automatisch zu lassen, bitte! Oh, kommen wir für die Klassenskipp hier! Sergeant! Master Sergeant! Start Sergeant! Widerstand! 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 Ein bisschen... 2 1 1 1 2 1 1 2 2 4 1 Ere 2 Das ist doch besser. Ok, gut. Let's go. Point captured! Wo ist die aus? Da hinten links, ok. So, aber keine Kraft belegen soll man irgendwo sein. Ja, mach ich. Und hier steht man. Man nimmt nichts, ne? Oh, ich bin hier schnell. Äh, Handzeichen? Zusammenbleiben! Oh, ich bin zu offen. So schnell wieder, hu hu hu. Ah! Der Typ, der Typ Chino doch, oder? Der Typ Chino doch! Oh, das ist der Markamt echt so, so stark, dass man einfach die ganze Sparen kann. Um sie Leute zu töten können. Ich weiß gar nicht, ne? Aua! Ah! Oh, der ist jetzt kripphaft so riesig. Je Elite! Na links, ich gucke mich doch nicht um geradezu. Zuttrich, wo die gasellen! Nein, ich bin nicht... Schmeißen. So, die nächste Finger war ja richtig langsam. Oh Gott. Guck, ich wusste nicht, dass nur Karten sind. Ich habe welche Soldaten getötet. Alter, so. Ja, die Meter, die sind ja so müde, Alter. Wieso kalt denn keiner? Juhu, wie doch, Notchlein, Alter. Ich dachte, wer gerollt hat, da habe ich nicht geguckt. Also. Ich lege aber auch zur Art. Hier ist es keiner, Mann. Und da ist keiner, da ist keiner. Da ist jemand, der muss jemanden machen. Das macht man richtig dackelisch, das ist cool. Ja, ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Niemals aufs Team mehr zu lassen, Leute. Niemals aufs Team mehr zu lassen. Der hat mich direkt, der Bruder. Der hat mich noch rumlassen. So, wie ist es so funktioniert, dass die Königin und der König in mich rein können? Oder typisch. Ich will auch wenigstens ein Krill machen. Rein in das Bild. Du bist mit Granaten, du Scheiße. Ich habe Schaden genommen. Ey. Das ist dein Speicherung. Was ist denn, dass ich'sen? Der nimmt 라고. Das legt irgendwas. Ich schlau mich noch so. Ich sonder die Gegente doccare. Das war ja auch vielleicht. Was war denn das? Für die? Oh, das ist ein Schuss. Oh, das ist ein Schuss. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, das ist ein Schuss. Oh, das ist ein Schuss. F*** dich, Alter. Oh, was? Ich bin so durchgegangen, Mann. Das ist ein Schuss, Alter. Das ist ein Schuss. Bäh. Das ist ein Schuss. So, das ist ein Schuss, Alter. Bäh. Bäh. Bäh.